Ich weiß nicht, dass der ein oder andere vielleicht nicht direkt aus dieser Stadt kommt, sondern zum Freien gehen muss. Aber es ist auch mal super, wenn ich mich schon in der Sommerstehe und so zwei Coach getrunken habe. Da wäre es dann möglich, dass man irgendwann hoffen und Zeit vergisst. Und wenn ihr nicht mehr genau wisst, wo ihr heute zum Freien wart, können wir helfen. Denn dieser Part der Jugend befindet sich in der Stadt mit K. Machen Sie so und Dankeschön, der ihr gegründet. Ich weiß nicht, dass ich mich schon in der Stadt mit K. Ich bin ein bisschen zu untertah, die ist ein bisschen klar. Ich bin ein A-Vog, ein A-Vog, ein A-Vog, ein A-Vog, ein A-Vog und ein A-Vog. Und ich wollte mich nicht wieder, wo bist du da her? Dann sage ich, ich komme aus dem Dorf und der Dome. Ich weiß nicht, dass du da bist, wo bist du da her? Ich bin ein A-Vog, ein A-Vog. Hängt man aus der Stadt mit K! Schalalalalala! 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 Heute Start mit K Stalalalala 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 Heute Start mit K Ist die Stadt mit K Es ist auch nicht nur ein Scham Obst die Schneider vertreten Wir gehen uns nicht nur los Wir müssen uns verändern Wir müssen uns nicht nur 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 Wir müssen nur ... ich komm' aus der Stadt mit K! Ich komm' aus der Stadt mit K! Schalalalalala, schalalalalala, unsere Stadt im K Schalalalalala, schalalalalala, unsere Stadt im K Schalalalalala, schalalalalala, ich bin aus der Stadt im K Treviat, was du hehlst oder weibst, auf die Schuhe schocken, wo dein Hegel vor ist Hei, du bist mekader in der Stadt lecker Herzlich willkommen in der Stadt mit Kapp! Schalalalalala, 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 gute Stadt mit Kapp! Schalalalalala, schalalalalala, gute Stadt mit Kapp! Hinsetzen! Das sagte dieser Mensch wirklich, überlebt es euch, aber nicht zu lange. Und es ist jedes Mal dasselbe, wie Sonnentheke, könnt ihr sich bitte aufsetzen. Ich weiß, ihr habt hier gar nichts bezahlt, oder viel zu viel, aber das ist inklusive, dass ihr euch auf eurem Buch erzählt. Es tut mir leid, ihr könnt nicht weitermachen auf der Sonnentheke, denn die hören uns nicht, oder finden tatsächlich einen Scheißgewehen. Ja, ja, ja. Die Hälfte von euch ist ja, kann sich was übergegangen? Ich würde gerne wissen, was das ein Item gekostet macht, damit man keinen Spaß hat. Das ist sehr schön. Auf jeden Fall! Wenn ihr das alle seht, könnt ihr euch nur noch spielen, falls ihr hinkommt, das super einfach ist. Schalalala, 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 Los, ich las nicht, komm! thalla la la die thalla la la die thalla la 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 ss teles Wow! Sha, la 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 la, Jana, la 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 la, Jana��릴게요 Sha, la 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 la, Jana, la 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 la, Jana, la 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 la, Jana, la 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 lava And Oczywiście Music Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.